So, und da sind wir wieder bei Let's Play Warcraft 3 Frozen Throne. Ja, ich will gar nicht groß rumreden und gleich weitermachen mit Kapitel 6 Eine neue Macht in Lordaeron. Am nächsten Tag bereiten sich Sylvanas und ihre Verbündeten am Rande von Lordaerons Hauptstadt auf die Belagerung von Walnarsars beeindruckenden Verteidigungslinien vor. Die Hauptstadt wird bestens verteidigt. Walnarsar ist kein Army Lady. Diese Schlacht kann nur durch Zermürbung gewonnen werden. Was ist los, Dämon? Habt ihr Angst? Hütet eure Zunge, Menschenrund. Eure leere Großspurigkeit beeindruckt mich nicht. Gemach, meine Herren. Spart eure Wut für Walnarsar. Garethos, ich führe meine Truppen zum Frontaleingriff, der bei ihr die Stadt von hinten angreift. Ein kühner Plan, Milady. Aber wenn wir unsere Hauptstadt zurück erhalten, folge ich jeder Strategie von euch. Gebt den Buffet. Lasst den Angriff beginnen. So. Und ja, wir haben auch die Kontrolle über die Menschen hier. Ich werde hier allerdings auch mal ein bisschen mit den Untoten aufbauen müssen, weil hier haben wir kaum Zeug. Ups, falsches Gebäude. Haben wir hier keine Gruft. Äh, da. Ich brauche hier nämlich auch einen großen Haufen Holzfüller. Wir haben hier wieder Teamrohstoffe, also wir haben keinen geteilten Rohstoffpool. Was ich hier machen will, ist, äh, die Banshees so weit aufnutzen, dass ich sie mit denen wieder übernehmen kann. Weil das ist für meine Strategie hier wieder unentbehrlich. Garithos ist übrigens Stufe 8, hat ein paar nette Items hier. Und seine Fähigkeiten sind heiliges Licht, was wir hier auch gegen Untote gut brauchen können und alles. Oh, Moment. Lord Garithos, unsere Spähe haben die vermissten Zwerge gefunden. Sie scheinen sich in der Wildnis hier verirrt zu haben. Diese hirnlosen Zwerge machen fast mehr Ärger, als sie wert sind. Aber wir brauchen sie an der Front. Ich muss sie selbst dorthin führen. Ja, dann Schockwelle kennen wir vom Taurinkriegshäuptling. Hingabe-Aura und als, äh, ja, Ultimate-Avatar kennen wir vom Bergkönig. Wir haben hier übrigens nur Menscheneinheiten, also, äh, keine Zwerge, keine Blutelfen. Zwerge sind hier, haben wir gerade mitgekriegt, ein bisschen verloren gegangen, hier in der Wildnis. Und die einzigen Menscheneinheiten, das fällt einem hier erstmal so richtig aus, sind die Soldaten und die Ritter. Schmiede haben wir auch, okay. Worauf wartet ihr denn noch? Kommt mir sehr gelegen. Wurde auch Zeit. Richtig. Einsatzbereit. Ich werde jetzt erst mal versuchen, die Zwerge zu retten, weil die sind in der Streitmacht sehr, sehr gut aufgehoben. Vor allem haben sie ein paar Belagerungsmaschinen. Ah, endlich. Richtig. Oder auch Zeit. So, schauen wir mal, wenn in den Kisten was Brauchbares drin ist. Oh, Runenarmschienen. Verringern den erlittenen Magieschaden um 33%. Also, nicht wirklich Magieschaden, sondern Zauberschaden eigentlich. Da haben wir schon die ersten paar Zwerge zumindest. Ah, Golems. Was ist da? Okay, ich glaube, das sollte in die Packen landen. Jetzt haben wir hier eine Rolle der Bestie. Ja. Wenn wir dann gleich angreifen, könnte die sehr nützlich sein. Okay. Da haben wir jetzt... Okay, haben wir noch nicht. Wir können die Zwerge noch nicht mehr upgraden. Oh, der Ritter, der sollte nicht sterben. Den brauche ich noch. Das Schloss ist fertig ausgebaut. Okay. Können wir hier schon mal weiter erforschen. Ja, das brauchen wir. Okay. Bis sie mehr Leben haben. Okay. Könnt ihr Idioten keine einfachen Befehle befolgen. Hier tobt ein Krieg und ihr Tölpel veranstaltet ein Picknick. Setzt euch sofort wieder in Marsch. Sofort, Lord Garitos. Dann mal los, Leute. Die Zahl ist nicht genug, um dieses Arschloch zu ertragen. Ja, sogar die Zwerge sind der Meinung, dass das ein Arschloch ist. Ja, ja, ich bin dran. Boah, auf irgendeinem Grund ist das bei mir gerade relativ laut. Moment. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu leise, aber bei mir war es auf dem Kopfhörern gerade extrem laut. Und ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich irgendwo eine falsche Taste gedrückt. Na, hier oben haben wir übrigens noch eine weitere Goldmine. Und wir können ab jetzt wieder Zwerge bauen. Und, Moment. Ja, die Zwerge haben schon 3-3. Okay, deswegen. Ja, dann will ich mal nichts gesagt haben. So, wie sieht's bei Sylvanas aus? Ja, gerade rechtzeitig hingeschalten eigentlich. Na ja, genau, da brauchen wir noch eine schwarze Zitadelle. Komm, dann nehmen wir uns doch mal einen hier. Kriegt er sonst nix umsonst. Wo ist der nächste Typ, der Holz abgibt? Wir können ja jetzt hier eine Werkstatt bauen. Wir können ein paar Zwergeneinheiten noch dazu bauen. Und wenn du damit fertig bist, dann gehst du wieder Holz fällen. Ach, profitiert der etwa? Hm. Der profitiert ja von diesen Upgrades. Musste ich gar nicht. Hm, wieder was gelernt. Forschung, es ist mehr Holz erforderlich. Ah, da ist er schon wieder da Holzmangel. Ja, ich hab hier jetzt auch die Rohstoffe geschaut. Hab mich grad ein bisschen gewundert. Wie lange bis zur schwarzen Zitadelle? Ja, bis dahin können wir doch schon mal ein paar Banshees bauen. Die brauche ich nämlich sowieso noch. So. Nun, sogar ein paar Flugapparate können wir hier bauen. Oh, Moment. Ach. Jetzt greifen sie von der Seite an. Ihr Schweine! Ich werde sofort auch mein Zeug hier gucken, was ich machen. Okay, den kann ich nicht übernehmen, weil der zu hoch ist. Ach. Jetzt hab ich's grad kapiert, was der hier gemacht hat, dass der die Verseuchung da weggemacht hat. Anscheinend wirkt Magie aufheben, was die ja können, auch auf Verseuchung. Man lernt wohl nie aus. So. So. Forschung abgeschlossen. Es ist mehr Holz erforderlich. Bei dir die Lebenden zuvor erschrecken. Lebt die Befehle. Ich habe keine Zeit für Spiegel. Vergeudet meine Zeit nicht. Ihr habt mich zurückgebracht! Den Angriff hier muss ich gut timen, dann kann ich die auf einmal kaputt machen. Die können die sich auch immer so nett an hier. Forschung abgeschlossen. Was ist? Na gut. Drei noch, dann müsste es eigentlich reichen. Ja, dann sind wir bei 100 mit denen. Und hier bräuchte ich eigentlich noch ein paar Sigurats. Ja, Meister. Euer Wille geschehe. Mein Schicksal ist besiegelt. So, ich reite meine Einheiten schon mal zum Angriff vor. Hier gibt es auf der Karte übrigens sehr viele Untotenlager, sehr viele feindliche. Allerdings müssen wir nur das Hauptlager von denen kaputt machen. Die anderen beiden müssen wir eigentlich nur aushalten. So, nur mal kurz durchspähen, was man hier alles hat. Oh, Flieger. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Lasst meine Arbeit in Ruhe, ihr Idioten. Ja, hab ich schon längst gemacht, du blöder Tipp. Naja, gut, das ist nur das Nebenlager da. So, das sind sehr viele Benchies, was wir jetzt da gerade schon haben, aber die werde ich auch brauchen. Ich werde einen Haufen von ihren Einheiten übernehmen müssen wieder. Das macht das Ganze wieder sehr einfach. Ich werde eure Augen sein. Okay. So. Worauf wartet ihr denn noch? Wenn wir kämpfen. Dann greifen wir mal an. Ihr ruft mich. Unsere Brüder brauchen Hilfe. Ich tue, was ich tun muss. Ich bin ganz tot. Spürt nun den Zorn der Legion. Was muss ich tun? Unsere Brüder brauchen wir. Ah, mein abtrünniges Schoßtierchen Garitos. Wie ich sehe, ist euch seit unserer letzten Begegnung ein Rückgrat gewachsen. Mit euren Geisteskräften habt ihr mich schon einmal überlistet, Dämon. Es soll euch nie wieder gelingen. Wir haben eine hohe Rechnung zu begleichen.